Hey Leute und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Schön, dass ihr wieder eingeschalten habt. Heute gibt es mal wieder ein Pferd ab in eine Box Video. Diesmal werde aber nicht ich entscheiden, wo die Pferde hinkommen und die Pferde auch nicht selber, sondern sie werden um die Plätze kämpfen. Es gibt drei Möglichkeiten, einmal Zettel ziehen, würfeln und Siri. Ja, ich bin auf jeden Fall mal gespannt, wie das wird und... Vergesst nicht, wenn es euch gefällt, lasst doch super gerne einen Daumen nach oben da. Über ein kostenloses Abo würde ich mich natürlich auch noch freuen. Und wenn ihr wollt, könnt ihr auch noch gerne meinen Merch-Shop, meine Fanpost-Wunschliste und meinen Zweitkanal abchecken. Alle Links dazu findet ihr in der Infobox. Auf meinem Zweitkanal kommt übrigens ab dem 1. November wieder was. Also ja, da könnt ihr euch drauf freuen. Jetzt ist auf jeden Fall alles gesagt und ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Video. Los geht's! Hey Leute, mein Name ist Alaskar und ich bin die Moderatorin von der Gameshow Kampf um die Boxenplätze. Wie angekündigt entscheiden heute Würfel, Zettel und Siri über das Schicksal der Pferde. Und ohne länger rumzulabern, fangen wir doch direkt mal an. Als erstes geht es um diese vier Boxen hier. Und für die haben wir sechs Bewerber. Froni, Balou, Rose, Sweetie, Spooky und Elviro. Und jetzt werden gleich Zettel gezogen und euch ist vielleicht aufgefallen, dass da hinten nur vier Boxen sind. Hier aber sechs Pferde stehen. Es sind nämlich auch sechs Zettel, die gleich gezogen werden. Und auf vier davon steht Ja und auf zwei davon Nein. Und die zwei Pferde, die die Nein-Zettel gezogen haben, dürfen leider nicht hier einziehen. Also, fangen wir doch direkt mal an. Also, ich habe die Zettel jetzt so auf den Waschplatz gelegt. Ich platziere euch jetzt einfach mal hier. Und greife jetzt nach den Zetteln und gebe jedem Pferd jeweils einen Zettel. Logischerweise habe auch ich gar keine Ahnung, welches Pferd welchen Zettel hat. Deswegen schauen wir jetzt einfach mal gleich. Also, Elviro hat einen Ja-Zettel. Also darf er einmal in diese Box einziehen. Spooky hat einen Ja-Zettel, genauso wie Elviro. Deswegen kommt er in die Box neben ihn. Sweetie hat auch einen Ja-Zettel. Und der Baum da hinten ist umgefallen. Dann geht es jetzt zu Rose. Und Rose hat leider einen Nein-Zettel bekommen. Deswegen ist jetzt leider draußen jetzt entweder Froni oder Balou. Wir schauen mal. Und Balou hat leider auch einen Nein-Zettel bekommen. Deswegen kommt Balou leider auch weg. Und das bedeutet, dass Froni einen Ja-Zettel haben muss. Den seht ihr hier. Und deswegen darf sie hier auch einziehen. Als nächstes geht es weiter mit dem Würfeln. Und die ersten beiden Kandidaten haben wir hier auch schon. Schade, dass ich nicht in den weißen Stall konnte. Aber vielleicht darf ich jetzt hier rein. Quatsch, nein. Ich werde da reingehen. Es ist nämlich so, es wird jetzt für jedes Pferd gewürfelt. Und das Pferd, das die höhere Zahl hat, gewinnt und darf in die Box. Okay, Leute. Wir fangen jetzt erst mal an, für Balou zu würfeln. Und der hat eine 2. Und Rose hat eine 1. Juhu, dann darf ich einziehen. Och, Menno. Kopf hoch, Rose. Vielleicht klappt es ja für eine andere Box. Ich hoffe es. Die nächsten, die gegeneinander antreten, sind Starlight und Benji. Würfeln wir mal als erstes für Starlight. Ups, Moment. Eine 3. Und jetzt für Benji. Eine 2. Das bedeutet, Benji darf in die Box neben Balou. Und Starlight ist leider raus. Mausi und Benji sind die Nächsten. Diesmal fängt diese Seite an, also Benji. Und Benji hat eine 6 gewürfelt. Also, ich habe eine 6 gewürfelt für Benji. Jetzt bin ich mal gespannt, ob Mausi da mithalten kann. Sie bräuchte nämlich... Oh, nee. Eine 2. Sie hätte nämlich eine 6 gebraucht. Dann wäre es nämlich ins Stechen gegangen. Und da hätten wir noch einmal gewürfelt. So, und der letzte Platz geht an dich, Benji. Och, Menno. Du hast ja noch ein paar Chancen, um einen Platz zu bekommen. Hm, ja, vielleicht. So, Pferde. Dieser Stall ist als nächstes dran. Und hier wird Siri entscheiden. Und Leute, mein iPad hat einfach nur noch 2%. Ich habe mich irgendwie gar nicht richtig vorbereitet. Aber es hängt jetzt am Ladekabel. Und deswegen kann ich jetzt auch loslegen. Hey Siri. Sage mir eine Zahl zwischen 1 und 6. Eine zufällige Zahl zwischen 1 und 6 ist 4. Und die Nummer 4 ist Avalon. Und der darf jetzt in diese Box hier einziehen. Sage mir eine Zahl zwischen 1 und 5. Eine zufällige Zahl zwischen 1 und 5 ist 3. Die Nummer 3 ist der Silverado. Und der kommt in die Box hier gegenüber von dem Avalon. Sage mir eine Zahl zwischen 1 und 4. Eine zufällige Zahl zwischen 1 und 4 ist 4. Und die Nummer 4 ist der Carlo. Und der kommt hier neben den Avalon. Jetzt sind noch 3 Pferde übrig. Aber es gibt nur noch eine Box. Und deswegen fragen wir wieder Siri. Hey Siri. Sage mir eine Zahl zwischen 1 und 3. Eine zufällige Zahl zwischen 1 und 3 ist 3. Und die Nummer 3 ist der Mikado. Und das bedeutet, der darf ab jetzt hier wohnen. Ach man, schon wieder nicht geklappt. Ach, wir schaffen das schon noch, Starlight. Es sind ja noch genug Boxen über. Dieser Stahl hier ist der nächste mit Box 1, Box 2, Box 3, Box 4 und Box 5. Wieso habe ich die Zahlen dazu gesagt? Ganz einfach. Wir haben wieder Zettel hier. Und auf jedem Zettel steht eine Zahl, also von 1 bis 5. Jedes Pferd bekommt wieder einen Zettel. Aber nicht auf jedem Zettel befindet sich eine Zahl. Denn es gibt einen, auf dem ist ein X. Und das Pferd, das den X-Zettel bekommt, bekommt leider keine Box in diesem Stall. Ich mache das jetzt so wie beim letzten Mal. Ich stelle euch hier hin. Ich sehe wie immer gar nichts. Und verteile jetzt die Pferde, also die Zettel an die Pferde. So, dann bin ich jetzt mal gespannt, in welche Box Starlight kommt, wenn sie überhaupt in eine Box kommt. Und sie hat die Nummer 2, also darf sie direkt hier Platz nehmen. Als nächstes kommt Nero und Nero hat eine 4. Box Nummer 4 gehört also ihm. Dann haben wir Fantastica und sie hat Box Nummer 3. Sie kommt also hier hinten neben den Nero. Jupiter hat Box Nummer... Oh, Jupiter hat leider gar keine Box. Deswegen heißt es Tschüss, Jupiter. Die Box mit der Nummer 1 gehört dem Picasso. Er kommt also hier neben Starlight. Tschüssi ist die letzte und sie muss die Nummer 5 haben. Und somit darf sie hier einziehen. Es geht als nächstes um die 4 Boxen hier hinten. Wir entscheiden wieder mit Würfeln und das Besondere ist, diesmal mache auch ich mit. Anders wie beim letzten Mal gewinnt diesmal das Pferd mit der niedrigeren Augenzahl. Und ja, den Anfang machen jetzt Finja und Lydia. So, ich würfel jetzt als erstes für die Finja und sie hat eine 6. Und Lydia ist als nächstes dran und sie hat eine 1. Yes, Finja! Ich habe mit Abstand gewonnen. Das war Glückssache, nichts weiter. Natürlich war es Glückssache. Aber du weißt ja, ich habe immer Glück. Als nächstes Jupiter gegen Tarika. Wir würfeln zuerst für Jupiter und er hat eine 2. Und als nächstes für Tarika und sie hat eine 5. Das bedeutet, Jupiter darf einziehen. Orio und Firefly sind die nächsten. Ich würfel zu allererst für Orio und er hat eine 1. Und Firefly hat eine 3. Also bekommt Orio die Box hier hinten. Jetzt geht es um mich, also Alaska und ihn hier. Er hat noch keinen Namen, er hat sogar noch seine Fähnchen dran. Das hat übrigens Sinn und Zweck. Also es gibt einen Grund, warum das so ist. Den werdet ihr aber irgendwann später erfahren. Und ja, das namenlose Pferd beginnt und er hat eine 6. Und jetzt komme ich als Alaska und ich habe eine 5. Yes, knapp gewonnen! Und ja, ich bin zwar die Moderatorin, aber ich übergebe jetzt einfach mal an Finja. Das ist ich, Moderatorin, äh, okay. Ja, hier hinter mir haben wir diese 4 Boxen und diese Pferde würden gerne einen Platz darin bekommen. Wir lassen das ganze Siri entscheiden. Äh, ja, ich mache diesmal nicht mit. Oder, äh, Leute, soll ich mitmachen? Ja, mach doch mit, wieso denn nicht? Ja, komm schon! Okay, äh, dann mache ich auch mit. Kann ich helfen? Sage mir eine Zahl zwischen 1 und 7. Das ist 5. So, und Pferd Nummer 5 ist hier. Das ist Lou und Lou kommt in diese Box. Sage mir eine Zahl zwischen 1 und 6. Das ist 2. 2 ist das namenlose Pferd. Sage mir eine Zahl zwischen 1 und 5. Das ist 3. 3 wäre Lolli und Lolli kommt hier hin. Sage mir eine Zahl zwischen 1 und 4. Das ist 1. Und das wäre Finja. Siehst du, Finja, hättest du nicht mitgemacht, hättest du jetzt nicht diesen coolen Boxenplatz. Ja, stimmt, aber jetzt fehlt irgendwie ein Moderator oder eine Moderatorin. Das kann gerne ich übernehmen. Okay, Mausi, danke. Jetzt geht es um diese 2 Boxen hier. Und, äh, wie wollen wir das entscheiden? Ja, Zettel, Siri oder Würfeln. Hm, keine Ahnung. Ich wäre fürs Würfeln. Jeder von uns würfelt einmal und der mit der höchsten Zahl darf einziehen. Okay, so machen wir es. Ich bin als Erster dran. Eine 3. Oh, hätte besser sein können. Ich komme als nächstes. Auch eine 3. Oh Mann. Gut, jetzt du, Tarika. Yippie, ich habe eine 4. Da hast du ganz knapp gewonnen. Juhu. Gut, dann entscheidet es sich jetzt wohl zwischen uns beiden, Flavio. Okay, Firefly. Ah, du darfst anfangen. Okay, von mir aus. Eine 2. Oh, ich werde gewinnen. Halt, halt, halt. Nicht so voreilig. Vielleicht würfelst du ja eine 1. Eine 1? Ich denke wohl eher nicht. Viel Glück beim nächsten Mal, Kumpel. Herzlichen Glückwunsch. So, Leute, und warum auch immer, hätte ich beinahe diesen Stall hier vergessen. Ich habe mich jetzt hier für folgende Pferde entschieden. Also einmal haben wir hier Crazy, dann wieder Firefly, Florida, Henry, Olympia, Flash und Blackie. Und wir lassen jetzt einfach nochmal Siri entscheiden. Sage mir eine Zahl zwischen 1 und 7. Die Antwort lautet 6. Und Nummer 6 ist Firefly. Firefly, so hat auch er endlich seinen Platz gefunden. Sage mir eine Zahl zwischen 1 und 6. Das ist 1. Und 1 ist der Blackie und der kommt in diese Box. Sage mir eine Zahl zwischen 1 und 5. Die Antwort lautet 5. 5 wäre hier die Crazy, die kommt hier rüber. Kann ich helfen? Sage mir eine Zahl zwischen 1 und 4. Das ist 3. Und Henry ist das letzte Pferd, das heute auf meinem Hof einzieht. Sorry an diese 3. Aber die haben das nächste Mal nochmal die Chance. Dann war es das jetzt mit meinem Pferd ab in eine Box Video. Und ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, dann würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und natürlich auch über ein kostenloses Abo. Vergesst nicht, die Links in der Infobox abzuchecken. Und ja, dann bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zusehen. Und hoffentlich sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss und habt noch einen wunderschönen Tag.